Dynamische Websites Statische Websites sind sehr einfache Websites, die nur aus statischen Dateien bestehen. Das heißt, wenn ein Client, also ein Webbrowser, Dateien am Server anfrägt oder URIs am Server anfrägt, werden vom Webserver am Dateisystem diese Dateien gesucht und direkt an den Client zurückgegeben. Dynamische Websites oder sogenannte Web Applications, wie sie gängig verwendet werden, basieren darauf, dass vor allem die HTML-Antworten oder HTML-Seiten dynamisch am Server erzeugt werden. Dabei werden gewisse Daten, die der Client an den Server sendet, zum Beispiel Key-Value-Pairs im Get- oder Post-Payload, beziehungsweise auch Cookies, um Sessions zu erzeugen, von dieser Web-Applikation genutzt, um eben diesen HTTP-Response anzureichern mit entsprechenden Informationen, die eben die dynamische Applikation ausmachen. Klassische Technologie-Stacks gibt es in der Softwareentwicklung häufig. Dies gibt es eben auch für die Web-Entwicklung oder die serverseitige Web-Entwicklung. Einer der bekanntesten Stacks ist dabei dieser LAMP-Stack. Dieser besteht aus einem Linux-Betriebssystem, aus dem sogenannten Apache Web-Server, aus einer MySQL oder MariaDB und aus einer serverseitigen Programmiersprache wie Python, PRB oder Perl. Neben diesem LAMP-Stack gibt es eine Vielzahl weiterer bekannter Stacks. So gibt es eben den WAMP-Stack, der statt dem Linux-Betriebssystem ein Windows-Betriebssystem nutzt, den MEMP-Stack, der anstelle von Linux-Mac nutzt. Es gibt auch den Begriff XAMP und X steht dafür für eine Variable, je nachdem, Linux, Mac oder Windows. Und neben diesem AMP-Stack oder XAMP-Stack gibt es eben auch noch eine Vielzahl anderer Stacks, zum Beispiel den MEAN-Stack. Dieser basiert auf einer MongoDB, auf dem Express-GS-Framework, auf AngularJS im Frontend und generell auf Node.js für die Applikationsausführung. In dieser Lehrveranstaltung nutzen wir die Programmiersprache PHP. Das ist eine dynamische Programmiersprache, die primär für die serverseitige Webentwicklung eingesetzt wird und auch für diese konzipiert wurde. PHP hat eine sehr, sehr lange Geschichte und hängt auch direkt mit den Anfängen des WWWs zusammen. Die Programmiersprache wurde von einem Dänen mit dem Namen Rasmus Lehrdorf entwickelt. PHP hat viele generische Funktionen, die speziell für die serverseitige Webentwicklung genutzt werden, so zum Beispiel das Session-Handling, das Arbeiten mit Cookies, HTTP-Request-Verarbeitung und so weiter. PHP hat ein riesengroßes Ökosystem an Libraries und Frameworks, die speziell für die serverseitige Webentwicklung nutzbar sind. Generell gibt es eine große Auswahl an sehr populären Webanwendungen, die auch mit PHP entwickelt sind. Da ist zum Beispiel Wikipedia zu nennen oder WordPress und auch Facebook, obwohl Facebook eine abgewandelte Version von PHP nutzt, die sich Hack nennt. Wie sieht nun die typische Verarbeitung einer Applikation aus, die eben PHP zur dynamischen Generierung von Websites nutzt? Generell ist es so, dass der Webbrowser oder Client, je nachdem, einen HTTP-Request erzeugt. Dieser wird vom Web-Server abgefangen und dort entschieden, ob er direkt als statische Response beantwortet wird oder je nach Datei, die eben aufgerufen wird, an den PHP-Interpreter weitergegeben wird. Der PHP-Interpreter sucht dann die entsprechenden Dateien aus, die eben über diesen HTTP-Request getriggert wurden und führt diese aus. Da können auch Datenbankabfragen eine Rolle spielen. Der PHP-Interpreter jedenfalls erzeugt den Payload für den HTTP-Response. Dieser Payload wird eben an den Web-Server übergeben und dieser liefert das gesamte Ergebnis dann an den Client zurück. Fassen wir zusammen. Statische Websites sind sehr einfache Websites, die nur auf statischen Dateien basieren. Dynamische Websites hingegen, oder auch Web-Applikationen genannt, erzeugen für jede Anfrage eine passende Antwort, live sozusagen. Und greifen nicht auf statische Dateien am Dateisystem zurück. Hier wird tatsächlich ein Programm am Server ausgeführt. Der klassische LAMP-Stack sollte bekannt sein. Und die Programmiersprache BHB wird serverseitig genutzt, um solche dynamischen Websites zu erzeugen.